so denn wollen wir mal weiter machen neues glück hier im let's play rage ich habe zu viel glumper von der schreibtisch verdammte axt ich muss doch wieder aufhauen so hätten wir das mal festgestellt habe plötzlich gar keinen bock auf let's plays so ein sheet ok da haben wir am letzten teil hier abgewehrt geht es wahrscheinlich hier weiter oder sind wir von hier gekommen da als gegner kommen hier wollen aus dass ich das verstehe ich nicht unterwegs bin ist ja völlig unnötig es ist es ist in seinem letzten regeln au Oh weh! Oh weh! Oh weh! Oh weh! Krass! Sie haben damit weniger. So, wofür haben wir den? Weiß! Sie haben damit weniger gegenlaufen. Das ist ja unglaublich. Das ist erledigt. Das ist erledigt. Das ist erledigt. Ah! Der Schreiber ist los, wenn ich ne? Miep! Das ist aber nicht schön, dass da irgendwo was ist, bevor die Jungs Angst haben. Was auch immer ist, ist der Backshot und ist weg. Hoffe ich zumindest. Okay. Was ist das, das so ansprechend klingt? Was? Und will ich das überhaupt wissen? Die Antwort ist, nein! Miep! Oh! Wo ist denn das? Oh! Die sind schon ein bisschen geponsert aus, hm? Okay! Was sieht das denn aus? Bei uns, das ist los! Schau'n ja schrill aus! Ah! Und wer der nächste? der ok kollege betrachten so was das jetzt mp4 klingen interessant tatata klingt irgendwie als wenn da noch so große version wie ich unterwegs wäre das macht die socke nicht wirklich angenehmer dann mal eine lüftung, ok schlitter, kann man nicht lesen was ist denn das? dass das so klingt, warum ist das alles versumpft? waaaaaah oh ne ok dann für mich, bro wer ist das? wer ist das? Alter was ist denn jetzt? ich spiel trifft aber nichts, das ist ja unglaublich ja, ich schieb das jetzt einmal aufs spiel ja, wo du führst, Mensch geht auf ein, Mensch das war sie weg extra oh, saun ab angenehm schnell weg das klingt auf jeden Fall nicht freundlich, auch noch was immer das ist nix 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 ist der jetzt weg, oder? achso, der ist durch und durch voll, ok alles was sumpft ist auf jeden Fall nicht lecker, ok nix 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 Klingt lecker. Klingt lebendig. Das eigene Problem bei den Viechern ist ja, dass sie da diesen Grint entgegenschleudern. Danach trifft man aus unerfindlichen Gründen nichts mehr. So. 400 Schoß bloß. Das tut aber gut. Da mal Feldweite Rounds. Oder ne, die schwarben wir uns für besonders harte Brocken auf. Aha. Schaut da cool aus. Rein, Tür zu, rein. Dann zackt die Holterbräufe anstatt dass die in der Gegend immer Frau auf die ganze Zeit. Ja, die Kletterer, ha. Aber interessant, man öffnet sie dann die Schäse, der könnte sie laufen weiter. Ah, das ist sicher nicht. So, das ist erledigt. Und am nächsten. Halt mir mal die Flammgur. Ha. Bade erwischt. So, was war's das? Natürlich nichts. Schön ist, dass das Red Boy einfach extrem viel Schaden macht. Hoi. Nächster, der mir umkutzt. Das ist so lecker. Das ist Gefragsteil. Oh, Mann. Will mir dieses Teppich nicht kaufen. Gehst du weg. Mal weniger. Kann man da irgendwie entfliehen? Nein. Der nächste. Und schon wieder der nächste. Das gibt's ja nicht. Sandliss wird die Bühne. Schon da gesehen auch diese Mutanten aus, wo er irgendwie gepanzert hat. Oh Gott. Man schoß das nächste an hier. Da steht selbst hier nicht. Ach so, ne? Hey, das ist jetzt etwas für die... ...Steal-RR-Rounds. Oh, leuchtet schön blau, wenn man damit schießt. Der Typ weg. Kann man von mir jetzt dagegen rumbräulen. Das wird ein Attacken. Stroll-Rounds. Ich bin so weit langsamer. Das ist ja noch. Na komm. Ist tot. Das geschirrt schon wieder mit normalen. Warte, das ist jetzt... Oh Mann. So haben wir... ...die viel geboren sind. Hier, wo du die Welt gebrautst. Das hat dir viel hingepennt. Die Rolle vorwärts hat er mal gekannt. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? So scheiß Geräusche. Das ist ja unglaublich. Die nächste Wurzene. Ist doch. Ja. Ist aber immer gut. So. Jetzt gehen wir die nächste Wurzene. Womit haben wir viel Schuss. Spark-Shot. Da wird wohl etwas gerührt. Sagen wir es, es grint. Ich vermute, das ist... Hm. Hammer. Sprühdosen. Dinge, die man nicht braucht. Nach der Akkul-Kalypse. Sprühdosen. Oh, das war sie schon. So. Schon wieder. Hm. Sehr sympathisch. Weg. Das ist gut. Brauch noch. Ui. Okay. So weit okay. Den haben wir ziemlich überrumpelt. Hm. Na, den wieder runter. Aha. Es wird einfach nicht schöner, Gott. Das Ganze. Aha. Nee, da war man noch nichts. Authority MG Rounds. Ey, cool. Okay. Hm, hm. Wolltest du den Hebel betätigen und damit Gegnerwellen auslösen? Ich will. Oh. Sehr fachatisch. Automatische Schütze. Sollten wir ziehen, dass in der Theorie einige Gegner vom Leid halten, wenn ich da selber vorgehe. Sollten wir mal, wenn wir da hochgehen. Und da hinstellen. Aha. Ja, die zwei Gegner Schütze doch voll auf ihre Kosten kommen. Oh ja, da geht jetzt was weiter. Oh ja, da kommt ja noch ein Geschütz dazu. Das ist ja super. Mariana. Wie geht denn der her? Wie geht denn der sah doch so viel? Oh ja, da ist die Dauer bis zu viel, ne? Das ist drei Geschütze, die auf die Schirzen. Die kommen immer noch nicht vor. Boah. Das sind echt viele Gegner. Oh, es werden einige erlegt. Puh. Das hat sich gelohnt. Na gut. Das war ja mal ein schöner Teil, ne? Und damit bis zum nächsten Teil, Leute. Servus.